Der Import-Workflow auf dem iPad mit Lightroom Mobile. Darum soll es heute gehen. Ich bin der Christoph, Coach für Bildbearbeitung und Fotografie und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn das ist echt ein super interessantes Thema. Ich war in Vietnam unterwegs und habe für dich das Ganze mal dokumentiert, wie du total easy, einfach nur mit einem USB-C-Kabel bewaffnet, deine Bilder von der Kamera direkt aufs iPad übertragen und auch natürlich sichern kannst. Das ist ein ganz wichtiger Schritt und den zeige ich dir jetzt. So, wir sind jetzt hier in Lightroom Mobile auf dem iPad und ich schließe mal direkt die Kamera oder aber auch den Kartenleser direkt ans iPad an. Dann kommt hier diese Meldung. Ich gehe auf Fortfahren und bin direkt im Import-Dialog. Hier dauert es jetzt ein bisschen, bis die Bilder reinladen. In der Zeit gehe ich oben auf Hinzufügen zu und wähle da einfach mal den Ordner aus, den ich letztendlich auch nehmen möchte bzw. ich erstelle einfach einen neuen Ordner hierfür. Rechts oben siehst du schon, dass da die Gigabyte jetzt reinflattern, sage ich mal. Denn das iPad erkennt jetzt nach und nach die Bilder von der Kamera oder von der Speicherkarte und dann kann ich die später hier auswählen. Beim Tippen bzw. beim Schreiben benennen deine Ordner, achte ich immer darauf, dass ich vorne Jahr, Monat, Tag habe und dann noch eine Bezeichnung. Keine Leerzeichen oder sowas, sondern mit Unterstrichen arbeiten und jetzt sind hier schon alle Bilder erkannt. Sie werden auch nach und nach so angezeigt, wenn ich hier ein bisschen drüber fahre. Aber ich kann jetzt einfach oben bei 17. Februar anklicken und habe mir direkt alle von dem Tag mit reingenommen oder ich gehe auf alle von der Nikon Z50 und nehme die vom 11. Februar eben auch noch mit da unten. Die muss ich dann einfach wieder abwählen, entweder einzeln oder alle. Ja und jetzt kann ich hier mal durchgehen. Ich kann auch die einzelnen Tage jetzt noch mal hier auswählen, wenn ich welche schon importiert habe oder wenn ich irgendwelche nicht brauche und so weiter. Also das ist echt eine feine Geschichte. Ich kann auch mal reinzoomen zum Beispiel mit zwei Fingern, dann sehe ich die Bilder größer und kann jetzt da direkt abwählen, wenn eins zum Beispiel unscharf ist oder einfach nichts geworden. Empfehle ich aber eigentlich nicht, weil es dauert hier meistens länger und ist schwieriger, wenn ich einfach später beim Bewerten der Bilder das Ganze im Anschluss einfach mache. Aber jetzt einfach zum Zeigen mal, so einfach wäre das, wenn ich hier einfach mal durchgehe, ein bisschen größer gesoomt und schon mal abwähle, was offensichtlich unscharf oder verwackelt ist. Wenn du drauf bleibst und ein bisschen größer ziehst, dann ziehst du es auch noch größer. In ganz Vollansicht bekommst du es aber nicht hin. Also wirklich, du kannst es nur halten und größer ziehen, aber um so eine kleine Kontrolle durchzuführen, ist das eigentlich schon ausreichend. Wie gesagt, ich würde mich damit gar nicht zu lange aufhalten, weil das geht später beim Bewerten mit Sternen und so weiter einfach nochmal einfacher. Da gehst du einfach durch und siehst dann letztendlich, was ist gut, was ist nicht gut. Aber hier jetzt einfach, um nochmal zu zeigen. Die Bilder werden nacheinander reingeladen und dann kannst du das einfach selektieren. Ja, hast du dich jetzt dann entschieden, klickst hier unten auf Importieren, kommt direkt Fotos werden kopiert und das dauert jetzt tatsächlich eine Zeit lang. Da kannst du dir mal schnell einen Kaffee machen oder irgendwas, bis da 316 Bilder drüben sind. Ja, ich hätte mal so 2-3 Minuten, musste schon warten. Aber du siehst jetzt hier in Echtzeit, wie es hier durchläuft. 21, 22, 23, das ist schon relativ flott. So, ein bisschen vorgespult habe ich jetzt trotzdem, du musst dich ja nicht mit mir warten. Wir sind fertig mit dem Computervorgang, dann kommt direkt hier die Meldung. Du kannst das verbundene Gerät jetzt sicher trennen und jetzt stöpst es dir einfach die Kamera oder den Kartenleser wieder ab von deinem iPad und kannst dann hier mit deinen Bildern loslegen. Das war jetzt übrigens eine ganz gute Meldung, die hier unten reingeflattert ist, dass die Bilder jetzt auch direkt an iCloud übertragen werden. Also oben rechts siehst du jetzt die Wolke, die lädt. Meine Bilder sind alle da in dem Ordner. Jetzt im Moment noch auf dem iPad, aber sie werden jetzt direkt, da ich hier mit dem WLAN verbunden bin, auch in die Cloud übertragen. Und das ist halt eine super Sache, gerade unterwegs, um die Bilder zu sichern. Hier oben siehst du es, wir haben jetzt 16% schon hochgeladen, 315 sind noch ausstehend. Das ist das, was mir quasi im Endeffekt das Backup gibt. Wenn das komplett abgeschlossen ist, dann sind alle Bilder in der Cloud. Und ich kann jetzt reingehen und kann die Bilder bearbeiten. Ich habe hier volle RAWs auf meinem Tablet mit allen Möglichkeiten. Ich kann hier Presets drauflegen und so weiter, wie ich das gerne möchte. Wenn du jetzt allerdings auf Nummer sicher gehen möchtest, habe ich noch einen weiteren Tipp für dich. Ich gehe jetzt hier mal auf die Dateien-App und öffne mir das so als Overlay in Lightroom direkt. Gehe auf meine externe Festplatte, die ich angeschlossen habe. Die habe ich extra im Urlaub immer dabei. Und erstelle mir hier einfach einen neuen Ordner. Du musst einfach oben auf die drei Punkte klicken, neuer Ordner. Und dann nenne ich den jetzt hier Hanoi-Sicherung oder was auch immer. Und kann dann das quasi nutzen, um die Bilder vom iPad auch da nochmal drauf abzulegen. Und das ist halt wirklich eine super Möglichkeit, wenn du sagst, ich will das Ganze nochmal zusätzlich zur Cloud sichern. Oder ich habe vielleicht die Möglichkeit mit der Cloud gar nicht, weil ich keinen WLAN hier unterwegs dabei habe. Das heißt, du gehst jetzt einfach her, selektierst dir die Bilder nach und nach aus. Du kannst die händisch selektieren. Du kannst auch oben einfach alle anhaken oder abhaken. Also das, wie du gerne möchtest. Ich wähle jetzt hier mal eines aus. Gehe auf Exportieren. Und jetzt kannst du hier deinen Dateityp Original auswählen. Jetzt macht er gerade gar nichts. Moment, das machen wir nochmal neu. Ich wähle mir Exportieren aus. Gehe auf Original oder eben DNG. Das würde ja auch funktionieren. Das ist ja auch ein RAW-Format. Klick dann hier auf den Ordner, wo ich Sinn haben möchte. Die Extreme SSD ist das gerade. Die kann ich übrigens empfehlen. Dann packe ich gerne mal unten mit in die Videobeschreibung, weil das ist ein unfassbar geiles Gerät. Mega klein, robust und halt ultra schnell. Und jetzt exportiere ich mir quasi dieses eine Bild hier auf die Extra-Festplatte. Mach den Ordner einmal zur Kontrolle auf und sehe, zack, Bild ist da. Mit Originalnamen DSC04. Ein Objekt, 29,1 MB und da ist es auch direkt. So, das war jetzt für mich die Bestätigung. Das funktioniert so. Gehe hier oben auf Auswählen wieder. Drei Punkte auswählen. Und wähle mir direkt alle meine Bilder aus. Und gehe dann einfach unten auf Teilen, Exportieren. Nimm die 316 Bilder her. Dateityp Original. Einmal Haken vergeben, sodass das auch bestätigt wird. Das dauert immer ganz kurz, bis ihr das annimmt. Und jetzt läuft die Verarbeitung durch. Kann einen Moment dauern, steht hier. Geht aber wahnsinnig flott. Und jetzt kann ich dann einfach auswählen, was ich denn mit diesen Bildern machen möchte. Und ich möchte sie in Dateien sichern. Und zwar auf meiner Xtreme SSD in die Hanoi Sicherung. Und jetzt klicke ich da drauf. Jetzt siehst du oben, wie das kleine Rädchen läuft. Das dauert jetzt ein bisschen. Blöderweise, das muss man echt sagen, gibt es hier keinen Ladebalken beim iPad. Das ist echt ein bisschen doof, wenn du so Sachen hin und her in dieser Dateien-App kopierst. Siehst du nie, wie viel habe ich noch. Wie weit ist es? Das ist echt ein bisschen doof. Trotzdem und gerade unterwegs eine super Möglichkeit, um deine Bilder zu sichern. So, ich hoffe, du hast hier was mitnehmen können. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn du mehr über die Mobile-Sache erfahren willst. Schau dir noch ein paar andere Videos an. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Fotografieren oder beim Bilderbearbeiten. Bis bald. Ciao, ciao. Am iPad gezeigt, wie das funktioniert. Wie ich die Bilder von der Kamera direkt hier aufs iPad komme. Jetzt habe ich rülpsen müssen. Ja, du hast dich verlasert. Ja, weil ich rülpsen musste. Das hat mich aus der Fassung gebracht. Nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.